Gut, jetzt läuft. So, wir kommen zurück, Leute, wir spielen jetzt weiter ARK. Er nimmt ja wieder auf, Markus. Ja, ist ja nicht so schlimm. Gucken wir mal, ob ich gleich wieder ARK im ARK bin. Ach, da ist er schon. ARK im ARK? Ist er gleich aufgestanden. Ja, ne? Ich bin ja immer so ein Frühaufsteher. Ne, weißt du, wie viele Minderheit ich gefunden hatte? Ich glaube, das waren drei oder vier Häuser. Ne, ich denke, ich habe jetzt nur 38 drin. Ich bin nur einmal fast verrägt. Ich bin irgendwie vom Tino geflogen, vom Traik, da bin ich fast abgekribbelt. Da bin ich irgendwie durch die Kante geflogen. Oh, ich mache mal Frühstück machen. Warte, wir wollen mal auf Bayern reinpfeifen. Ah. Auch Randy spielt Black Ops 2. Und das hat er so überhaupt. Wie geht das scheiß Feuer jetzt nicht an? Kein Holz drin. Oh. So. Ja, hab mal was drin hier. Mach mal Feuer an. Ich kann mal ein bisschen Fleisch spruzeln. Ich spruzel das gerade. Spruzelt es gerade? Ja, ich habe da gerade was reingepfeffert. Na du, ich habe noch genug. Ja, ich habe noch 29, 39. Pech, nur so ist es nicht. Ich habe ein bisschen Tetschneider. Ja. Meier, spürt du Call of Duty at once, Warfare, oder wie das heißt? Ja, kann ich auch nicht entscheiden. Oh, es frisst der, der Dings, pfeift es hier jetzt wieder rein. Ja, die ganzen Gummibären hier, hätte ich fast gesagt. Die ganzen Bären. Hatte, hat der Herr Hack was zu dir gesagt, Marcel? Ne, Markus. Sind wir schon weg, oder was? Hallo? Wie war das noch? J, soll ich drücken, damit alle Ziere folgen, ne? Äh, I. Klopper. I oder J? Aber, wenn du mit dem gehen willst, ich komme mir so mit ihm hinterher. Wo bist du eigentlich? Direkt hinter dir. Warte, nimm du mal Marcel, ich ne Mark. Ja. Oh, der ist level up. Wer? Ja, Mark. Ich hätte das Fleisch erst mitnehmen sollen, ne? Das kannst du machen, geh hinten in den Schrank, in den linken Schrank, da ist, ähm, ist geparkt, ist schon drin. Ja, ne? Aber, bisschen, bisschen Picknick-Corp packen noch. Ja, na, bisschen. Ich habe ja noch ein bisschen beim Track drin, ja. Gut, da hinten ist es strahlich, geht aber mein. Das ist der falsche Schrank hier. Im Kühlschrank oder welchen? Hm. In den linken. Ja, oder ist was? Die Zähne kannst du nehmen, ich habe die anderen Sonne wahr. Ach, die Tür klemmt. So. Ah, ich komme hier wieder nicht raus, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin schon wieder zu weit weg. Ja, warte, ich komme, okay. Uh. Uh. Das kann man kaum. Das ist immer alles mit. Was das ja für das auch Scheißback ist, das doch, dass hätten sie mal rausnehmen sollen. Warte, ich bin nur direkt, komme ich zurück. Dann sind blöd gemacht, finde ich bei dem Ost. Aber wie gesagt, ich bin nur unterwegs. Könntest du schon eine Stücke? Ja, ich bin jetzt durch die Tür raus. Ich kann die Heißerlichkeit, da kommt es gerade rausgeschöpft. Warst du noch so zu? Ja. Sonst ist unsere Flugie weg. Ach, der haut auch noch ab, denn? Nee, aber den könnte ja einer fressen. Achso. Hat man bei Sam auch gemacht, Sam halten sich im Fluss auch her. Ich mit Markus Traf, Buch vor Ort. Ach, läuft bei denen. Da haben wir einen Riesen-Dino an. Ein Rex oder irgendwas. Wir müssen da runter in den Wald. Wir einfach folgen. Ich kann noch nicht so schnell laufen, meine Stamina ist immer leer. Hm. Problem habe ich auch andauernd. Ja, wenn die dann langsam alles, dann bleibst du einfach mal kurz stehen, dann füllt die sich allein auf. Eigentlich geht das viel schneller, als wenn du weiterlaufen wirst. So, leer. Keine Zeit zum Warten. Hm. Ich habe das gestern, die heute gehört, vom Herrn, von zu. Das Video. Hm. Hm. Wo du mal was gesagt hast, wegen seinem, wegen seinem Schwarten da. Ja, ich meine, das ist ja bloß auch Spaß mit der Kurve. Ja, da versteht das nicht, aber weh, er macht den Spaß. So, dann leer die Stamina, ich denke mal, das ist ja egal, ich will mir den Richter über aufregen. Ja, du hast mir das ja geschrieben, dann brauchst du das ja nicht machen. Hoffentlich guckt er das Video nicht. Warum? Ich habe mir das auch gehört. Hm. Na. Ja, du, zu dir, dass in die Dings brüsten. Nö. Wo willst du überhaupt hin? Ja, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder heißer Blammer. Ja, und ich auch. Es, was Markus immer gesagt hat, so heiß wie ein Volk an. Das Lied, was da gibt. Du bist nicht heiß, ich. Komm, eine blöde Schildkröte ist hier wieder. Ja, ja, die Begriff, die Enkel zum Wald fest. Ne, Bumpfest. Zum 4. Und das war's gekült worden. Ja, ich habe nicht so gekült. Das ist aber auch nicht wahr. Der Nächste, der Dirk, der Dirk, der Dirk. Schleimt. Scheine mit gerade im Weg. Ja, du bist du wohl latscht. Das geht so was. Ja, ja, mit dem Rex auch. Sender Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk. Oh Gott, der Dirk. Mit einem Rex rumläuft. Was willst du denn, was man Gott? Wer will was? Nischt. Ah, sie wird er ja. Sie versteht, wird er. Sildos, den müssen wir nur an das eine. Sildos? Hm. Ich glaube, ich musste noch einen Jugendschutzfülder rüberlegen über das Video. Ja, es war vielleicht besser. Nee, mach ich nicht. So, warte mal, wir irgendwo waren das hier. Wollen wir mal gucken. Voila. Ja, von der kommt, da sehe ich ein Tauben. Bist du denn immer noch? Jo, jo, ich bin aber, du rennst immer so halb weg. Ja, aber ich wollte ja von der Mann. Komm hierher, wo ich bin. Marcel, der kann ich so nicht mehr. Bist du da? Ja, ich bin so 10 Meter hinter dir. 15, nee, nicht 20. Wir laufen jetzt hier durch. Oh ja, es fehlt. Oh, das ist gut. Ich glaube, die vorwärts. Bist du mir eingeblieben, oder was? Oh, irgendwo eine Textur. Was machst du denn hier? Warte mal, bleib mal dort, da ist ein Vieh. Bleib mal hier. Bei mir macht er auch mal Update. Du wirst nicht fertig. Ich habe die letzte Nacht schon gemacht. Ich habe mich schon gewundert, wo im Internet die letzte Nacht. Warte mal, ein Raptor hier hängt fest. Warte mal, bleib mal dort, wo du bist. Cool, ein Raptor. Den können wir so 10 wie bei Jurassic Park. Gibt es nicht, das dort. Da fliegt er. Alter, hast du die ganzen Bäume hier gerade auseinandergenommen? Äh, ein, ja. Ja, alles, was hier so gold leuchtet, das müssen wir einsammeln. Das ist Metall. Dann kümmert die Berge hier. Ja, die, die goldenen schimmern, das ist alles Metall. Aber denke dran, du kannst nicht viel tragen dabei. Also, die hinter dir einsammeln einfach. Cool, ich kann das sogar machen. Ja, mach mal die Bombe weg. Mach den Bombe, was war weg. Wir platzern, ja. Holzfäller-Extrems, was auf der anderen Kappdruck immer der Seite. Da unten bleibt, wenn wir durch, ja. Hä, ach da hinten. Hm, da. Vor der hochkommen, wenn wir absteigen. Uhu, hallo. Oh, das wurde falsch aufgebaut. Ja, meine Freunde, Sonne. Ich werde mich für abschauen. Ja, okay, man schnarcht. Ihr Huhu, hier bin ich, komm. Bis morgen, aller Fröscher. Und bam, weg ist er. Und bam, noch ein. Wie viel Metall kann ich denn transportieren? Nicht viel. Kommt drauf an, wie viel dein Gewicht dann zeigt. Also am besten das raus, was du nicht brauchst. Ich bin schon voll. Ja, dann bringst du in drei Quassern. Oh. Und die Stähne schmeißt du gleich wieder raus. F war das. Wart mal, Sascha, wir machen es ganz einfach. Warte, ich möchte das auch noch mal, so rum. You were moved. User joined your channel. Ja, hier kommt der Kennung in Außer-Admin. Sind wir mit dem Aufnahme-Channel jetzt? Ja. Oh, ich kann den Dino upgraden, hier sehe ich gerade. Äh. Da machen wir mal ein bisschen mehr Weight dazu. So. Back. So. Aber was klingt dir nicht ganz gesund? Was ist denn? Irgendein Vieh. Irgendeine Vieh? Ja, das klingt so ein bisschen aggressiv. Wie? Ja, wie ein Dino halt. Ja, vielleicht ist es deiner. Ach so. Ja, du sammelst ein. Ich... Pass auf. Bleib besser. Warte mal, ich mach mal noch hier vorne den Boden weg, dann hast du dich ein bisschen mehr auf den Bein, mehr Licht. Das ist auch einer hier? Ja, alles die so Gold schimmern. Ne, das ist Flint. Ne, das ist normal. Du siehst das an den Goldfarben. Die schimmern so Gold. Ach so. Mach mal so erstmal gucken, was ich drin habe hier. Was brauche ich denn alles nicht? Oh, na, Flint. Ne, Fiber, ein Hafen. Fiber, dann ja. Guck mal, wenn der sich stiecht. Back. 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 Deine brauche ich erstmal nicht. Den Knarrer habe ich gekriegt in dem Endding. Weißt du? Ein Schieß-Bum-Bum. Cool, ich kann jetzt noch einen Kampas bauen. Ich weiß nicht, wofür man ihn braucht, aber ich kann das jetzt. Hm, ich glaube, das ist ziemlich voll, der Marcel. Ja, okay. 232 von 379. Dann ist es nicht mehr so viel, mach nicht so viel. Dann kannst du die Kante läuft da nicht mehr. Aber wenn ich mir jetzt noch was sammeln, läuft da auch nicht mehr, ne? Ne. Ja, dann lass ich es mal lieber. Mit was tust du nur abhacken? Mit der Axt oder mit der Spitzhacke? Mit der Spitzhacke. Oh, das war richtig so. Ja, das wäre schon logisch. Oh, 66, 70, 80. Hab geht ruhig zugegeben, das hier. 100, 103. Ah, hier ist willkommen. Hm, ich habe jetzt von der 77 im Dings drin. Ein bisschen hier hinlegen in den, klein. 115. Das kann raus. Braucht alles nicht. Aus. Aus. So, wie viel hat er? Ach, 159 Kilo. Mal gucken, wenn er noch laufen tut. Mit mir. Also, mit mir läuft da noch meiner. Ja, dann mach ich es erstmal zurück, dann holen wir dann noch einmal. Weil wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Weil wir sind ja noch eins, zwei. Oder warte mal kurz nochmal, Sascha. Ich bin schon stark tiefer. Mal noch einen abzocken. Ich kann aber noch ein bisschen mehr laden. Ich kann ihn jetzt noch mehr Gewicht zuweisen nehmen. Ah. Ja, das könnt ihr machen. Wenn der Upgrade, ne, wenn der Level Up hat, dann könnte es noch was geben. Ja. Ich hab jetzt so nochmal 116. Jetzt haben wir. Ich bin bei 275 von 109, nee von 375. Also 100 Kilo, das reicht.